Um der Personalnot hierzulande zu begegnen, können Arbeitgeber in diesem Jahr 25.000 Hilfskräfte aus dem Ausland anwerben. Hintergrund ist das neue Gesetz zur Fachkräfteeinwanderung. Anträge dazu können die Unternehmen online bei der Agentur für Arbeit stellen. Dabei handelt es sich ausdrücklich nicht um die Anwerbung von Fachkräften. Eine Berufsausbildung oder ein Studium sind nicht erforderlich. Profitieren können davon Saisonbranchen wie zum Beispiel die Gastronomie oder Gewerbeunternehmen, um Auftragsspitzen zu bewältigen. Die ausländischen Arbeitnehmer dürfen für maximal acht Monate in Deutschland arbeiten, mindestens 30 Stunden pro Woche und werden nach Tarif bezahlt. Noch mehr News, die gibt es bei unserem Nachrichtensenderwelt. Einfach den Sendersuchlauf bei eurem Fernseher starten. Die Anleitung dazu, die findet ihr hier. Und wenn ihr spannende Dokus sehen wollt, packende Reportagen, dann müsst ihr einmal hier klicken.